Diesen Moment haben die Passagiere der Viking Sky herbeigesehnt. Das Kreuzfahrtschiff legt kurz nach 16 Uhr im norwegischen Molde an, nach einer mehr als 24-stündigen Odyssee. Gestern gegen 14 Uhr gerät das Schiff durch einen Maschinenschaden in Seenot. Die Viking Sky ist mit fast 1400 Passagieren und Besatzungsmitgliedern auf dem Weg ins norwegische Stavanger. An Bord spielen sich dramatische Szenen ab, die viele Passagiere mit ihren Handys filmen. 20 Menschen werden verletzt, 3 von ihnen schwer. Es fühlte sich an wie auf der Titanic. Die Bilder von hereinbrechendem Wasser, Menschen, die von Tischen getroffen und verletzt wurden. Die noch nicht einmal 2 Jahre alte Viking Sky droht durch den Sturm, auf die felsige Küste gedrückt zu werden. Eine Stunde nach dem Mayday-Signal beschließen die Rettungskräfte, das Schiff mit Helikoptern zu evakuieren. Für eine Rettung von See aus sind die Wellen zu hoch. An Bord sind viele ältere Passagiere, die meisten von ihnen aus den USA. Zwei kommen aus Deutschland, mehr als 470 werden an Land gebracht. Der härteste Moment war, in den Helikopter zu kommen, nachdem sie uns hochgezogen hatten. Aber die Crew war wirklich sehr professionell. Einfach großartig. Der Mannschaft gelingt es schließlich heute früh, 3 der 4 Motoren wieder in Gang zu setzen. Die Viking Sky erreicht aus eigener Kraft den Hafen von Molde. Von dort aus werden die Passagiere mit dem Flugzeug die Heimreise antreten. Ja, es ist vielleicht auf der Bordel. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020